Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Überraschung am Kamin. Und heute begrüßen wir den SPD-Kandidaten Martin Körner in unserem Format. Er wird empfangen vom Überraschungsgastgeber Christoph Otzasek von der Linkspartei. Und das Ganze wird auch sehr, sehr spannend. Es ist ein Rot-Rot-Gipfel und es gibt Spaghetti Carbonara. Das ist das Lieblingsessen von Martin Körner. Und bis das Ganze abgelaufen ist, das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Hallo Herr Körner. Martin Körner tritt an zur OB-Wahl 2020 und ist heute auch bei unserem Überraschungsbesuch hier. Sie wissen nicht, was jetzt passiert, ne? Nein, ich weiß gar nichts, außer dass es einen Überraschungsgast gibt und bin wahnsinnig gespannt darauf. Hallo lieber Christoph! Lieber Martin! Herzlich willkommen in meiner Lounge, in meinem lauschigen Kaminzimmer. Schön, dass du heute da bist. Wir zwei haben ein Date. Sehr gut! Und zwar bist du heute zum Mittagessen geladen. Super! Du darfst hier Platz nehmen am Lagerfeuer. Das finde ich schon mal sehr gut. Da natürlich wo das Mikro steht. Damit kennst du dich glaube ich aus. Was, mit dem Mikro oder mit dem Mittagessen? Als engagierter Wahlkämpfer mit dem Mikro natürlich. Und zwar haben wir heute etwas sehr Feines für dich vorbereitet. Und zwar deine Lieblingsspeise, Spaghetti Carbonara. Aber ob die jetzt halt so gut sind, wie ich die zu Hause mache, wird sich jetzt herausfinden. Und hier die Küche kritisieren. Ja, fühl dich herzlich willkommen. Jawohl. Ich habe dich hier am Lagerfeuer platziert. Das heißt, du sollst dich wohlfühlen. Gleichzeitig wirst du aber auch ein bisschen gegrillt von mir heute. Ja, das ist klar. Darf ich meinen Sack rausziehen, Christoph? Weil wenn ich gegrillt werde, dann... Ich dachte, die Frage kommt jetzt erst in zehn Minuten. Aber ich wollte eigentlich lockerer einsteigen mit dir. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Zum einen bin ich schon mal positiv überrascht, dass ich was zu essen kriege. Nein, außerdem freue ich mich, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Das war ja jetzt schon ein bisschen die Frage, wer kommt da jetzt. Richtig, genau. Und das war jetzt erst mal eine schöne Überraschung. Es soll ja auch ein bisschen so ein Antagonist sein, der hier sitzt. Ja, das habe ich schon verstanden. Das wir zwei ganz viel auch gemeinsam haben und viele gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht haben die letzten sechs Jahre. So ist es. Wir kennen uns jetzt sechs Jahre im Gemeinderat zusammen. Zum Wohl. In zweiter Amtsperiode, zum Wohl. Ja, lieber Martin, wie ist es? Was hat dich denn motiviert zur Kandidatur? Mich hat motiviert zum einen, dass ich unheimlich gerne in dieser Stadt lebe. Ich komme ja aus einer Familie, wo die Frage, wo bin ich eigentlich zu Hause, gar nicht so klar beantwortet ist. Typisch deutsch-deutsche Familiengeschichte brauche ich jetzt nicht auszuführen. Und vor allem auch seit meine Tochter da ist, die jetzt zehn Jahre alt ist und ich mit meiner Frau und ihr da in Gablenberg wohne. Du wohnst ja eigentlich ein guter Nachbarschaft quasi. In guter Nachbarschaft quasi. Und das fällt, finde ich, nicht vom Himmel. Deswegen bin ich auch politisch aktiv. Und jetzt die letzten sechs Jahre. Und mir ist irgendwann klar geworden, Kommunalpolitik ist es. Das geht ja, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen ähnlich. Da sind wir uns sehr ähnlich. Weil man doch dann ein bisschen was Konkretes bewegen kann, weil es nicht so diese festen Regierungsfraktionen, Oppositionsfraktionen, sondern einfach mehr geht. Schon auch noch ein bisschen mehr an der Sache orientiert gearbeitet wird. Und dann gibt es so ein, zwei, drei Themen, die ich voranbringen will. Zu Förders natürlich das Thema Wohnen. Und deswegen möchte ich gerne Oberbürgermeister der Landeshauptstadt werden. Wir gehen da gleich noch in die Tiefe. Stichwort Heimat. Stuttgart ist Heimat für viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Du hast dir Spaghetti Carbonara bestellt, eine typisch italienische Speise. Italienische Gastarbeiter hier in Stuttgart haben mit zum Wohlstand der Stadt beigetragen. Wir sind eine vielfältige Stadt. Aber wir sind auch eine Stadt, in der die Chancen ungleich verteilt sind. Wo viele Kinder aufgrund der Familiengeschichte, der Migrationsbiografie der Eltern nicht dieselben Chancen haben. Was will ein OB Martin Körner an der Situation ändern? Wann haben wir die erste muslimische Frau als Vorstandssprecherin beim Daimler? Ja, also den Posten kann ich natürlich als Oberbürgermeister jetzt leider nicht vergeben. Aber ich finde, ein Oberbürgermeister kann da sehr viel tun. Also wir haben ja Schulen über das ganze Stadtgebiet verteilt. Und ich finde schon, dass es Schulen gibt, die da, also alle Schulen und alle Lehrerinnen und Lehrer, die da aktiv sind, leisten da Großartiges. Aber es gibt natürlich schon Quartiere, wo die Kinder zu Hause nicht fünf Meter Bücherregal haben, wo die zu Hause nicht so unterstützt werden können. Das hast du ja jetzt auch so ein bisschen beschrieben. Und ich glaube, dass gerade diese Schulen sozusagen das Beste bieten müssen, was wir so bieten können als Stadt. Das geht bei den Räumlichkeiten los, dass die gut aussehen, dass da modernste Medien da sind. Großes Thema, dass es da eine Mensa gibt, dass es da tolle Außenanlagen gibt. Das hebt nämlich unheimlich schon mal das Bewusstsein, wenn das eine runtergekommene Schule ist, wo die Toiletten kaputt sind. Das ist dann auch eine Botschaft, gerade an diese Kinder. Das finde ich ganz wichtig. Bestes Personal. Gut, das entscheiden wir nicht. Das Land kann man aber auch ein bisschen daran arbeiten. Und dann auch ein richtig gutes pädagogisches Konzept. Ich finde schon, dass wir die Schulen auch dazu in die Lage versetzen sollten, ein gutes pädagogisches Angebot zu machen. Ich glaube, dass das im Ganztag schon auch etwas ist, was wichtig ist. Und ich finde, dass wir solche Schulen in solchen Quartieren noch mal ganz besonders unterstützen sollten. Bei den Kitas machen wir das ja so ein bisschen. Und ich finde, dass wir das bei den Schulen machen sollten. Das machen uns andere Städte im Übrigen vor, Mannheim, aber auch Hamburg. Das ist jetzt mal so ein Beispiel dafür, wie wir dafür arbeiten können, dass eben auch Kinder aus Familien ohne 5-Meter-Bücherregal bessere Chancen haben. Das ist übrigens etwas, was wir für die Stadt insgesamt dringend brauchen. Was machst du anders, wenn du OB werden solltest? Naja gut, jetzt muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass die finanzielle Situation, ich würde mal sagen, so bis vielleicht 2010 oder so, auch nicht immer nur einfach war an der Stadt. Und das hat das dann noch mal verstärkt, dass diese Sachen vernachlässigt worden sind. Ich würde sagen, man tritt den Kollegen nicht zu nahe, wenn man sagt, es hatte auch was mit den politischen Mehrheiten zu tun, würde ich schon behaupten. 2009, wo es nur andere politische Mehrheiten gab, hat sich das dann auch geändert. Es gab deutlich mehr Geld für die Schulsanierung. Also, und heute ist das Geld ja eigentlich nicht so das Problem, sondern wir haben sehr, sehr viel Geld zur Verfügung. Es liegt auf dem Festgeldkonto, weit über 200 Millionen allein für die Schulsanierung. 300 Millionen Euro Jahresüberschuss aus dem letzten Jahr. Genau, kommt noch dazu. Und was wir haben, ist ein Umsetzungsproblem. Und da spielt Personal eine Rolle. Ich glaube, wir haben zu spät umgesteuert bei der Personalausstattung im Hochbauamt, im Schulverwaltungsamt. Wir haben jetzt zweimal ganz schön was getan an der Stelle, aber die Leute müssen jetzt auch erstmal gefunden werden, die Stellen müssen besetzt werden, die müssen eingelernt werden. Das dauert also alles furchtbar lang. Und ich glaube schon, dass auch bei den Organisationsstrukturen, wie wir diese Schulsanierung organisieren, manches besser laufen kann. Am Geld liegt es auf jeden Fall nicht. Wir müssen attraktiv sein als Arbeitgeber, damit wir genug gute Leute finden. Ich nenne mal das Stichwort Personalwohnungen. Und wir müssen das so organisieren, dass das schneller geht. Letzter Punkt vielleicht noch. Ich finde, die Schulen brauchen auch ein Budget, um kleinere Sachen vor Ort selber in Auftrag geben zu können. Es gibt da heute so eine kleine Lösung, die könnte man aber noch besser machen. Stichwort Personalwohnungen. Wohnungspolitik ist ja auch ein Markenzeichen deiner Arbeit, um Gemeinderat als Fraktionsvorsitzender die Stadtspitze zu treiben in der Wohnungsfrage. Nun stellen sich viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter, gerade jüngere Menschen, die Frage, wie kann ich mir denn hier noch eine Wohnung leisten? Junge Familien müssen sich entscheiden, ziehen sie aus Stuttgart raus, ins Umland, ins Grüne, weil hier kein Angebot ist entsprechend. Nun ist es ja wirklich eine schwierige Situation, in Stuttgart Lösungen aufzuzeigen. Du propagierst 30.000 Wohnungen zusätzlich, eine Milliarde Euro mehr fürs Wohnen. Kann man damit wirklich die Mieten nach unten drücken, wieder auf ein erträgliches Maß? Also, natürlich ist das nicht die einzige Antwort. Aber es ist, davon bin ich überzeugt, eine ganz wichtige Antwort. Dass wir auch viele neue Wohnungen brauchen, wenn es immer teurer wird, in Stuttgart eine Wohnung zu mieten oder eine Wohnung zu kaufen. Das spielt schon eine Rolle, ob es viele neue Wohnungen oder wenig neue Wohnungen gibt. Ich bin davon überzeugt, dass die relativ geringe Bautätigkeit in den letzten Jahren schon auch dazu geführt hat, dass Stuttgart mittlerweile die größte, die teuerste Großstadt in Deutschland ist, wenn es ums Mieten geht. Und ich bin mir völlig darüber bewusst, dass alle die, die eine Wohnung haben und in ihrer Umgebung soll etwas Neues gebaut werden, da erstmal mit einer gewissen Skepsis draufschauen. Aber ich finde es umso wichtiger, das auch anzusprechen. Es geht ja dann auch um die Frage, wo. Und ich finde es auch wichtig, sich da ambitionierte Ziele zu setzen. Das, was wir da momentan erreichen, ist zu wenig. Und ich glaube schon, dass das für Familien mit Kindern, die eine Wohnung suchen, erstmal wichtig ist, dass es überhaupt welche gibt. Und dann müssen die aber natürlich bezahlbar sein. Und deswegen muss die Stadt selbst auch viel aktiver sein, Grundstücke auch erwerben und dafür sorgen, dass dann da auch halbwegs zu halbwegs vernünftigen Konditionen gewohnt werden kann. Aber ich glaube auch, dass wir den Neubau brauchen, ja. Das liegt sicherlich auch daran, dass die letzten 25 Jahre viele Baugrundstücke an Bauträgern, Investoren verkauft wurden und nicht der soziale Wohnungsbau im Zentrum stand oder bezahlbare Mieten. Nun propagierst du ja auch am Siedlungsrand, am Stadtrand neue Baugebiete auszuweisen. Hand aufs Herz, wo wird gebaut künftig, wenn Martin Körner das Sagen hat? Also zunächst mal sage ich, wenn ich von 30.000 Wohnungen spreche, dass 80 bis 90 Prozent davon wirklich im Innenbereich realisierbar ist. Wir haben eine Zeitstufenliste Wohnen, wir arbeiten daran, dass da auch noch mehr Potenziale gehoben werden. Ich nenne mal ein Beispiel das Gelände der ENBW am Neckar, B10, wo wir die B10 verschränken wollen, tiefer legen wollen, zwischen Wasserwerk, Gaswerk, Kohle- oder Kraftwerk dann auch. Also das Allermeiste werden wir in der Innenentwicklung schaffen. Das größte Gebiet hinter dem Bahnhof, wo die Gleise wegkommen, das ist ja das größte Potenzial im Innenbereich. So, und dann bin ich aber der Meinung, dass wir da halt auf, ich sag mal, 4, 5, vielleicht 26.000 kommen, aber der Bedarf größer ist und aus meiner Sicht gibt es auch am Siedlungsrand Möglichkeiten, da wo die Stadtbahn relativ problemlos hin verlegbar ist, da wo Arbeitsplätze in der Nähe sind, da ist es aus meiner Sicht gut und sinnvoll, dass wir auch über Wohnungsbau auf so einem Areal nachdenken, in welcher Form, wie viele müssen wir im Einzelnen besprechen. Aber ich glaube, dass das unter dem Strich auch ökologisch sinnvoller ist, als wenn die Leute irgendwo in der Region wohnen und wieder mit ganz viel Aufwand zur Arbeit nach Stuttgart fahren müssen. Deswegen, ja, ich schließe das nicht aus, auch am Siedlungsrand 10 bis 20 Prozent des Bedarfs zu bauen. Also beispielsweise auf dem Birkacher Feld? Auf dem Birkacher Feld hat der Oberbürgermeister ja einen Vorschlag gemacht, da geht es um ungefähr, also er hat, muss man jetzt sagen, er hat zwei Szenarien vorgelegt, wo bei beiden das Birkacher Feld auch eine Rolle spielt. In einem Szenario, wo er sagt, das kann er sich vorstellen, geht es um 500 Wohnungen, in einem anderen Szenario um 3.000 Wohnungen. Es gibt eine lokale Initiative vor Ort, die sagt, man könnte noch einen Asenwaldblock bauen mit ungefähr 1.000 Wohnungen. Da sind also verschiedene Modelle auf dem Tisch. Ich finde, wir müssen uns das sehr genau anschauen und überlegen und bin dann aber auch der Meinung, wenn es da wirklich um so eine große Entwicklung geht, dann müssen wir sowas auch, finde ich, in den Bürgerentscheid den Bürgerinnen und Bürgern zur Abstimmung stellen. Wir können das zumindest, die Gemeindeordnung wurde extra geändert, um Bebauungspläne bis zum gewissen Verfahrensstand auch zur Abstimmung stellen zu können. So stelle ich mir das vor. Das ist doch mal ein Wort, also mehr Demokratie mit Martin Körner in der Frage der Siedlungsentwicklung. Genau. Schön. Nun öffnet sich aber auch ein ökologischer Konflikt. Du hast es gerade auch angedeutet. Fruchtbare Böden zu bebauen, Ackerland, Grünland hat ökologische Konsequenzen für den Hochwasserschutz, für die Ernährung, fürs lokale Klima. Vor allem Stuttgart hat ein Klimaproblem, ein stadtklimatisches Problem. Wie lange können wir diese Wachstumsagenda noch betreiben? Irgendwann müssen wir doch sagen, Stuttgart kommt an seine Grenzen. Wir können nicht mehr wachsen in die Fläche. Es geht natürlich nicht um Wachstum um jeden Preis, sondern es geht schon um qualitätvolles Wachstum. Also ich behaupte jetzt mal, wenn ich mir die eine oder andere Fläche anschaue, ob die ökologische Qualität da heute größer ist, als wenn dort ein gutes, urbanes, lebenswertes Wohnquartier entsteht. Mit Grünanlagen, mit einer Dichte, ich spreche da von der Fünf-Minuten-Stadt, wo man so leben kann, dass man in fünf Minuten auch zum Einkaufen kommt, in fünf Minuten zur Haltestelle, zur Kita. Dann finde ich, hat das auch eine ökologische Qualität. Und ja, wir sind eine urbane, europäische Großstadt. Und wir haben insgesamt, wenn wir über solche Größenordnungen reden, wie ich sie gerade beschrieben habe, dann immer noch über 50 Prozent der Fläche die Grünfläche sein werden. Und natürlich können wir jetzt nicht mitten in der Frischluftschneise bauen. Das stimmt, darauf muss man achten. Aber, wie so oft in der Kommunalpolitik, das kennst du auch, wir müssen abwägen. Und ich finde, dass die sozialen Folgen einer zu restriktiven Wohnungsbautätigkeit schon gravierend sind und dass wir da was tun müssen. Gut, das ist ein Wort. Martin, ich treffe dich häufig morgens auf dem Fahrrad an. Da fahren wir zusammen ins Rathaus und sitzen im Ausschuss und streiten auch um Fahrradpolitik. Der Ratentscheid in Stuttgart, da haben 35.000 Menschen unterschrieben und gesagt, wir wollen endlich die Bremsen lösen beim Thema Radpolitik. Da muss jetzt endlich was passieren. Wir brauchen bessere Qualität. Du hast auch mit den Beschlüssen herbeigeführt, echte Fahrradstadt. Ja. Wir wollen richtig was rocken, wir wollen richtig was machen. Sag mal, wie geht es jetzt weiter, wenn du das Sagen hast im Rathaus? Der Grundsatzbeschluss ist da, das Geld ist da. Das Personal, muss man jetzt zugeben, wächst jetzt erst so langsam auf, aber es wächst ja auch auf. Und da geht es vor allem darum, das gut umzusetzen. Mir ist bewusst, dass es da auch um mehr geht oft, dass da auch ganz viel Befindlichkeiten sind, sage ich jetzt mal. Übrigens bei Radfahrern wie bei Nichtradfahrern, so empfinde ich das. Und ich glaube, dass ein Oberbürgermeister schon auch die Aufgabe hat, zum einen beide Seiten anzuhören und zu verstehen, aber auch deutlich zu machen, dass das für die Stadt insgesamt ein Gewinn ist, wenn mehr Männer und Frauen mit dem Fahrrad fahren, dass das gesund ist für die, die fahren, dass die weniger Platz verbrauchen, dass die natürlich auch ordentlich fahren müssen. Die müssen sich auch an Regeln halten. Aber dass das insgesamt für die Stadt ein Gewinn ist, andere Städte haben uns das auch vorgemacht und so dafür zu werben, dass wir da auch mehr tun für den Fahrradverkehr. Aber in erster Linie ist es ein Verteilungskonflikt. Der größte Teil der Stadtfläche wird für den Autoverkehr reserviert, fürs Parken und fürs Fahren. Da wird man ja schon wirklich auch ran müssen an die Parkplätze, an Fahrspuren. Wir haben es auf der Theo jetzt gemacht mit der Pop-up-Bike-Lane. Packst du das an? Und dann verteilst du den öffentlichen Raum um, damit Radfahrer wirklich sichere Infrastruktur bekommen? Also ich denke, das ist so, dass wir da auch so ehrlich miteinander sein müssen, dass das auch bedeutet, dass andere Verkehrsträger weniger Platz haben. Und vor allem in der Stadt, in der City sehe ich das auch so, dass das Auto weniger Platz eingeräumt bekommen muss. Beispiel Theodor Heus, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Pop-up-Bike-Lane so mittelgut, um mal ganz ehrlich zu sein. Weil auch als Radfahrer, ich sie in den Übergängen nicht sehr clever finde. Ich finde es viel wichtiger, dass wir da eine richtige, eine gescheite Radspur machen und in dem Fall aber auch Raum umverteilen. Und die Parkplätze, die da auf der rechten Seite sind, wenn wir rausfährt zum Westen, dass wir die wegnehmen und dort wirklich eine vernünftige Lösung haben. Dass wir das schneller auf den Weg bringen und finde die jetzige Lösung eigentlich nur so eine, also nicht die optimale Lösung. Aber das müssen wir machen, in der Innenstadt, wir wissen das, sind die Parkhäuser wenig ausgelastet, da ist noch viel Luft nach oben. Deswegen ist das auch vertretbar aus meiner Sicht. Und an dem Beispiel wird das auch deutlich, dass wir dann trotzdem immer wieder auch mal an der einen oder anderen Ecke auch streitig dann entscheiden müssen, wird so sein, klar. Aber die Grundrichtung muss schon die sein, dass wir den Radverkehr fördern und ausbauen und vor allem in der City und in der Stadt dem Auto weniger Platz einrollen. Das ist so. Stichwort Auto. Stuttgart ist eine Autostadt, historisch gesehen, mit der Autoindustrie auch groß und groß geworden. Wohlstand ist da gewachsen. Nun ist ja schon die Frage, wird künftig in diesem Industriezweig noch die Wertschöpfung erbracht in Zukunft? Alles verändert sich, die Klimakrise steht vor der Tür. Was rätst du, du bist Ökonom von deinem Hintergrund her, was rätst du jungen Menschen? Sollen die noch eine Ausbildung als Mechatroniker machen oder als Fahrzeugingenieur? Oder rätst du denen eher, was anderes zu tun? Ich finde schon, dass man eine Ausbildung in dem Bereich machen kann. Ich glaube, dass es weltweit auch weiterhin eine Nachfrage gibt nach umweltfreundlichen Fahrzeugen und umweltfreundlichen Mobilitätskonzepten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in Stuttgart so viel Know-how und Motivation für dieses Thema haben. Natürlich durch unsere großen Hersteller, aber auch durch die Zulieferer, durch eine Forschungslandschaft und, und, und. Dass wir da auch in Zukunft natürlich umweltfreundlichere Fahrzeuge, aber auch eben die in Stuttgart entwickeln, aber eben auch produzieren können. Und ich halte das auch für ganz wichtig, weil ich davon überzeugt bin, dass das zur Identität dieser Stadt gehört, Industriestadt zu sein. Dass industrielle Arbeitsplätze Einkommen sichern für ganz viele Familien. Ziemlich anständig bezahlte Arbeitsplätze, übrigens auch dank einer IG Metall, die dafür auch hart arbeitet. Und dass wir ein Problem hätten, glaube ich, in Stuttgart, wenn wir diese industriellen Arbeitsplätze nicht mehr hätten. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Kit für unsere Stadtgesellschaft ist, weil es auch viele Jobs gibt für Leute, die jetzt nicht akademischen Hintergrund haben. Und das ist ganz wichtig, dass wir das weiter haben. Da sind wir bei meiner letzten Frage. Fridays for Future. Eine starke Jugendbewegung für den Klimaschutz, die uns deutlich formuliert, wir müssen uns radikal verändern in unserer Lebensweise. Ansonsten werden wir in die Klimakatastrophe steuern. Du hast ja auch die Energiewende auf die Fahnen geschrieben. Wie wird Stuttgart unabhängig von fossilen Energien? Indem wir umstellen auf erneuerbare Energien und indem wir das auch schneller machen als bisher geplant. Mein Ziel ist es, dass wir bis 2030 in jedem Fall mal die Stromversorgung Stuttgarts auf 100 Prozent erneuerbare umstellen. Und das werfe ich auch nicht einfach so in den Raum, sondern ich bin davon überzeugt, dass das möglich ist. Wie gelingt das? Erstmal müssen wir dafür investieren. Wir müssen ja Geld in die Hand nehmen, um aus Sonnenenergie Strom zu machen, um aus Windenergie Strom zu machen, aus vielen anderen Energiequellen. Und da müssen wir investieren. Und wir haben bei der stadteigenen Holding 400 bis 500 Millionen Euro in Aktien und Rentenpapieren investiert heute. Und ich bin davon überzeugt, dass das eben nicht der Job einer Stadt ist, in so etwas zu investieren, sondern ich möchte diese Gelder in den nächsten zehn Jahren Schritt für Schritt, natürlich muss das ein Investitionsplan sein, umschichten in solche Investitionen, um die Stromversorgung auf 100 Prozent erneuerbare umzustellen. Und übrigens die Wärmeversorgung auch. Da sage ich nur, das wird schwer bis 20, 30, 100 Prozent zu erreichen, aber das müssen wir auch angehen. Für das Klima ist die Energiefrage die entscheidende Frage, davon bin ich überzeugt. Und versuche mit dieser Finanzierung auch einen Weg aufzuzeigen, wie wir das machen. Und das Schöne ist ja, das sind ja durchaus Investitionen, die sich mindestens mal langfristig auch rechnen. Also das ist auch finanzwirtschaftlich klug und ökologisch auch. Und ich finde, dass wir in dem Bereich im Vergleich zu anderen Städten noch wesentlich besser werden können. Vielen Dank, lieber Martin, dass du mein Gast warst heute hier. Danke, Christoph. Auch im Namen von Stugi TV, wo ich als Aushilfsmoderator arbeite. Und ich dachte, es geht richtig hart zur Sache, Christoph. Ich dachte immer, jetzt kommt aber der Angriff. Das machen wir im Ausschuss demnächst. Okay, gut. Hat mich sehr gefreut. Und dann machen wir jetzt hier einen Cut. Okay. Und bedanke ich mich. Und wenn du es noch drauf wirst. Es war eine positive Überraschung. Und ich habe mich gefreut, Christoph Ozersek zu sehen. Und war gespannt, ehrlich gesagt, dann auch auf die Diskussion, auf die Fragen. Und fand das Gespräch jetzt aber sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017